Hallo, ich bin Tanja von den Foodistas und heute kochen wir ein Gericht für die schnelle Feierabendküche mit diesen tollen argentinischen Rotgarnelen. Los geht's! Als erstes starten wir mit dem Rotkohl. Hierfür halbieren wir diesen, schneiden ihn in Scheiben, waschen ihn und kümmern uns dann um das Dressing. Nun kümmern wir uns um das Dressing. Hierfür braucht ihr Öl, Apfelessig, Zucker, Salz und Pfeffer. Jetzt schneiden wir noch eine Chilischote für den Rotkohlsalat und dann zieht der Salat für eine halbe Stunde. Jetzt kümmern wir uns um die Rotgarnelen. Diese habe ich über Nacht antauen lassen und die Schale entfernt. Und als erstes geben wir aber die beigefügte Tomatenbutter in eine erhitzte Pfanne. Während die Rotgarnelen jetzt bei mittlerer Hitze sieben Minuten anbraten, kümmern wir uns um den Dip. Hierfür gebe ich einfach zu dem Schmand etwas Chilisoße, Salz und Pfeffer. Jetzt geht's auch schon ans Servieren. Hierfür habe ich die Tortilla nochmal kurz in einer Pfanne erhitzt, eine Avocado in Scheiben geschnitten und etwas Feta gebröselt. Hierfür befindet sich nicht man eine Pfanne. Müsstere war eine Pfanne, wenn das Fed besagt wenn es für die technology ist. Jetzt sind wir auch schon fertig. Das perfekte Gericht also für eure Feierabendküche und innerhalb von 15 Minuten zubereitet. Wenn euch diese Tortillas gefallen sollten, lasst uns doch einfach mal ein Like da. In diesem Sinne einen guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Eure Tanja Eure Tanja